Musik Klassische Musik, Singer-Songwriter und Piano-Improvisationen sowie Piano-Lyrik. Das ist charakteristisch für Ann-Helena Schlüter. Die deutsch-schwedische Künstlerin zog es jüngst nach Leipzig und das aus einem ganz bestimmten Grund. Ich komme aus einer Musikerfamilie. Meine Eltern sind Pianisten, meine Schwestern sind auch Musiker, Geige und Klavier. Und ich bin da hineingeboren worden. Also für mich ist es ganz normal, Klavier zu spielen. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, wie ich das gelernt habe. Ich habe manchmal selber den Eindruck, als würde ich das schon immer können. Ich kann mir nicht vorstellen, einfach so Musik zu hören, ohne darüber zu wissen, woher sie kommt, was es bedeutet, was andere Leute schon geleistet haben auf dem Gebiet. Aber Bach ist ein ganz großer Brückenbauer und seine Musik ist bis heute eigentlich sehr modern. Das weiß man aber erst, wenn man sich damit beschäftigt oder wenn man sich mit Musik und der Geschichte der Musik allgemein beschäftigt. Musik spielte für Angelina Schlüter schon immer eine große Rolle. Bereits im Kindesalter brachte sie erste Zeilen und Noten aufs Papier. Ich glaube, wenn ich schreibe oder so, beschäftige ich mich schon mit meinem ganzen Wesen damit. Ich setze mich nicht an den Tisch und schreibe ein Gedicht. Das kann man schon machen und ist auch gut oder so. Es ist nicht so, dass ich da nicht inspiriert wäre, das bin ich schon. Aber meistens entwickelt sich das alles schon und dann kommt es einfach nur und ich halte es fest. Ja, ich habe als Kind weiß ich, dass ich schon immer gern geschrieben habe. Gedichte, Tagebücher und so. Weil ich auch sehr, sehr gerne lese. Ich glaube, Leute, die nicht gerne lesen, würden auch keine Gedichte schreiben. Also ich erinnere mich an ein Lied, das ich auf der Vespa geschrieben habe. Also während des Fahrens hatte ich es im Kopf samt Text und hinterher schreibe ich es auf. Und dann muss man hinterher ein bisschen dran feilen. Sehr früh begegnete Angelina Schlüter Jesus Christus in ihrem Leben. Ein Umstand, der sie täglich in der Musik inspiriert und der sie trägt. Also Gott ist für mich der größte Künstler von allen. Wenn ich über Bach rede oder so, ist das ja nur ein kleiner, schwacher Spiegelpunkt davon, was ein Künstler ist, um es überhaupt mal runterzubrechen. Es ist ja völlig klar, dass Bach jetzt mit Gott nicht mithalten kann und ich würde das auch nicht verwechseln. Gott ist auf jeden Fall der größte Künstler und ich mag an ihm sehr, dass er trotz allem nicht Kunst als das Wichtigste sieht, sondern eben Menschen zu lieben und auf das Schwache aufzupassen und dass er sehr demütig ist. Ich kann schon auch verstehen, wenn man Probleme mit Gott hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, was, das ist völlig unverständlich für mich. Ist es nicht. Ich kann es verstehen, je nachdem, wie man aufgewachsen ist, was man alles schon erlebt hat. Und ich kann nur jeden ermutigen, nach Gott zu suchen, weil Gott sich wirklich finden lässt. Ann-Helena Schlüter spielt nicht nur an international renommierten Häusern, Literaturabende oder Gedichtlesungen wie hier im Hehlheim Leipzig begleiten ebenso den Alltag der jungen Musikwissenschaftlerin. Also ich persönlich finde an Ann-Helena Schlüter diese stille Präsenz ganz stark. Das ist halt, ich komme halt aus der Literatur, bin auch sächsischer Literaturrat, muss mich viel mit Literatur befassen und mache das auch sehr gerne. Und im Moment wird ganz viel Krawall gemacht. Also da schreibt dann ein Clemens Mayer ein 700, 900 Seiten Buch über Prostitution. Und die Leute sterben in den ganzen Krimis und das ödet mich einfach an. Und dann sehe ich dort so eine Gegenstimme, die in einer wunderschönen Sprache ein wundervolles Lyrikbüchlein geschrieben hat. Und dazu dann das Gesamtpaket mit der klassischen Musik, auch mit ihrer Singer-Songwriter-Karriere. Einfach Lieder, die mich berühren aufgrund ihrer Empathie. Also da ist einfach ganz viel Ehrlichkeit dabei. Und ich glaube das an Helena Schlüter, was sie da singt. Und das sage ich nicht oft. An Helena Schlüter! Klavierstunde im Winter. Tasten biegen sich. Haarzopf schüttelt Musik. Ton kriecht die Klavierwand hoch. Spiegellack antwortet nicht immer. Hat Gänsehaut. Vor dem Fenster Winter. Noten rascheln beim Blättern. Trotzdem ist es eine verletzliche Angelegenheit. Es ist eher so, dass man sich dazu manchmal überwinden muss. Weil man immer etwas von sich preisgibt mit jedem Lied, mit jedem Gedicht. Wenn ich jetzt Bach spiele, gebe ich jetzt nicht so viel von mir persönlich preis. Außer, dass ich sage, ich liebe diese Musik so sehr, dass ich hart dafür gearbeitet habe. Das gebe ich preis. Weil sowas kann man ja nicht einfach so spielen. Aber wenn ich ein eigenes Lied spiele oder ein Gedicht lese, gebe ich automatisch mehr von mir preis. Auch wenn ich in dem Moment vielleicht gar nicht so viel daran gearbeitet habe. Es kommt einfach aus mir raus und das zeige ich. Bislang umzäunen 26 Preise und Ehrungen die Vita von Ann-Helena Schlüter. Nun sogar, inspiriert durch Johann Sebastian Bachs Kunst der Fuge, entdeckt die Pianistin das Orgelspiel für sich. Ich schreibe ja meine Doktorarbeit über die Kunst der Fuge. In der Musikwissenschaft, was ja auch wieder was ganz anderes ist. Und ich merke, es reicht einfach nicht, nur die Klavierwerke zu kennen. Man muss mehr von Bach kennen. Zum Beispiel habe ich dann auch die Matthäus-Passion mitgesungen, was für mich ein phänomenales Erlebnis war, weil es ja kein Klavierwerk ist. Und Bach schreibt tatsächlich für Orgel und für Chor ganz anders. Ich denke, dass er das nur deswegen so geschafft hat, weil er diese Verbindung mit Gott hatte. Also er hat ja unter jedes Werk Soli Deo Gloria geschrieben. Und ich denke nicht, dass das nur eine Floskel war. Ich denke, dass er das so gemeint hat. Und auch für mich, die Kunst der Fuge ist ein Werk, wo er wirklich das mit seinem Namen, mit dem B-A-C-H-Thema sogar noch unterschreibt. Das Wort Musik ist ja, es bedeutet bestimmt für manche Leute etwas völlig anderes als für mich. Manche Leute wollen einfach eine gute Laune haben durch Musik. Und es interessiert die jetzt nicht so richtig, worüber gesungen wird oder wie es eigentlich klingt. Hauptsache, ja, es fetzt sie irgendwie und so. Das verstehe ich auch nicht schlimm, ne? Aber das alleine kann nicht alles sein oder so. Ich meine, ich denke, es hat auf jeden Fall für mich was mit Schönheit zu tun. Dass es mich bewegt, berührt. Es hat auch was mit Tiefe zu tun, dass es mich wirklich tief innen anspricht. Mit Sound, ja, mit Klang auf jeden Fall. Mit schönem Klang. Mit schön meine ich jetzt aber nicht, dass es alles immer mild oder zart oder ruhig sein muss. Es kann auch ruhig fetzen. Aber ich glaube, Musik geht für mich eher in Richtung Kunst. Und wenn es nach da ausschlägt, nach Richtung Kunst, dann ist es mehr als Unterhaltung. Es spricht sozusagen. Musik ist sozusagen etwas, was mich anspricht. Musik ist sozusagen etwas. Musik ist